Hallo zusammen und schön, dass ihr dabei seid zu einem weiteren Technik-Video von mir für Rom2 diesmal. Und zwar die Zeichentools, die ihr ja unbedingt haben wolltet. Dafür habe ich mir jetzt auch was ausgedacht, wie ihr die findet. Ich benutze sie auch in meinem Replay, was ja normalerweise nicht der Fall ist. Normalerweise geht es ja nur für den Multiplayer. Und wir gucken uns mal an, wo sich das Ganze versteckt. Wir gehen wieder hier auf unsere Suchenleiste, die sich bei Windows 8 hier oben befindet und hier unten bei Windows 7 unten links in der Startleiste. Da gehen wir ein, %AppData%, klicken Enter, gelangen in den Roaming-Ordner. Und in diesem Roaming-Ordner gibt es eine Ordnung, der nennt sich The Creative Assembly. Weiter unten also. Klicken rauf, gehen dann auf Rom2, gehen dann auf Scripts, gehen dann auf Preferences Script, klicken rauf. Und um es euch ein bisschen leichter zu machen, gehen wir auf Data... Ne, bearbeiten, bearbeiten und gehen suchen. Und geben dann einfach ein Draw. Und da findet ihr uns jetzt hier sofort die Zeiler. Die kann ich euch auch mal zeigen hier. Der Kurzbefehl müsste STRG F sein, glaube ich. Gucken wir mal kurz durch. Gucken wir mal STRG F. Genau, STRG F ist der Kurzbefehl dafür, für Find, deswegen STRG F. Gut, das ganze Ding nennt sich UI Telestration Always On. Stellt ihr auf True, das war vorher False. Und dann Hash UI Telestration Always On, True, False, Blah, Enables Telestration for Singleplayer, for if you want to draw for replays or videos etc. Also, wenn ihr quasi rumzeichnen wollt, auf euren Singleplayer Sachen, dann könnt ihr das immer nutzen, wenn ihr diese UI Telestration auf Always On, True stellt, dann könnt ihr das nämlich auch dann nutzen. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen, euch informiert. Und falls ihr noch weitere Fragen, Probleme habt, schreibt es mir in die Kommentare oder Vorschläge, was ich mal suchen soll für euch, um es herauszufinden, wie man das macht. Ich verabschiede mich jetzt wieder von euch, wir sehen uns dann beim nächsten Technik Video wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.